Die Top 5 der besten Bluetooth-Kopfhörer von DoeCase Ich bin von den DoeCase Bluetooth-Kopfhörern wirklich beeindruckt. Der Klang ist wirklich unglaublich und die drei EQ-Modi ermöglichen es mir, das Audio an meine persönlichen Präferenzen anzupassen. Ich mag auch die Tatsache, dass ich bis zu 52 Stunden kabellose Wiedergabezeit habe, bevor ich sie aufladen muss. Die Ohrpolster sind sehr bequem und ich kann sie stundenlang tragen, ohne eine Pause zu benötigen. Das Mikrofon funktioniert auch einwandfrei. Ich würde diese Kopfhörer auf jeden Fall empfehlen. Ich liebe meine Soundcore by Anker Live Q30 Bluetooth-Kopfhörer. Die Hybrid Active Noise Cancellation-Funktion blockiert unerwünschte Geräusche und lässt mich meine Musik genießen, ohne von äußeren Störungen gestört zu werden. Die individuellen Modi ermöglichen es mir, den Klang an meine Vorlieben anzupassen, und ich kann sogar den EQ in der App anpassen. Der 40-stündige Akku ist ein weiteres großes Plus und ich bin beeindruckt von der Verbindung von zwei Geräten, was es mir ermöglicht, nahtlos von meinem Handy zu meinem Laptop zu wechseln. Der bequeme Halt stellt sicher, dass sie auch bei längeren Hörsitzungen bequem bleiben. Absolut empfehlenswert für jeden Audio-Filen. Ich habe kürzlich den Barippus Bluetooth-Kopfhörer Over-Ear gekauft und bin absolut begeistert von ihm. Er bietet eine unglaubliche Akkulaufzeit von 65 Stunden und hat sechs verschiedene EQ-Modi, die den Klang je nach Musikrichtung anpassen. Das eingebaute Mikrofon funktioniert einwandfrei und ich kann ihn problemlos mit meinem Handy, iPad, Laptop und PC verbinden. Außerdem ist er zusammenklappbar und somit sehr praktisch für unterwegs. Das Design in schwarz ist schlicht und elegant. Zusammenfassend kann ich den Barippus Bluetooth-Kopfhörer Over-Ear jedem Musikliebhaber empfehlen, der auf der Suche nach einem hochwertigen, kabellosen Kopfhörer ist. Ich bin super zufrieden mit den One Audio A70 Bluetooth-Kopfhörern. Die HiFi-Stereo-Qualität ist einfach unglaublich und die kabellose Verbindung ist ein Traum. Die Kopfhörer sind auch sehr bequem und passen super über meine Ohren. Die Batterie-Lebensdauer ist auch beeindruckend. Ich kann mehrere Tage lang Musik hören, ohne dass ich sie aufladen muss. Ich nutze sie vor allem beim Dying und im Studio und sie funktionieren perfekt mit meinem Handy und Amp. Die 6,35 mm und 3,5 mm Klinke sind auch sehr praktisch. Ich würde diese Kopfhörer auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe den Soundcore von Anker Space Q45 Bluetooth-Kopfhörer getestet und bin sehr zufrieden damit. Die adaptive aktive Geräuschunterdrückung funktioniert bis zu 98% und die Wiedergabezeit beträgt satte 50 Stunden. Die App-Steuerung ist sehr praktisch und das LDAC Hi-Res Wireless Audio ermöglicht eine kristallklare Klangqualität. Das Design ist leicht und angenehm zu tragen, auch über längere Perioden hinweg. Die Anrufe sind ebenfalls klar und ohne Hintergrundgeräusche. Insgesamt ist es ein großartiger Kopfhörer für alle, die eine hohe Klangqualität und eine lange Akkulaufzeit suchen. Wir sehen uns im nächsten Video.